Hallo Leute, hier ist wieder Xie mit einer kleinen Übertragungsankündigung. Mal wieder etwas zu spät, ja, ja, ich weiß, aber bis zum Zeitpunkt hier gerade war ich mir nicht ganz sicher, ob ich heute in der körperlichen Verfassung bin, um eine zu machen, daher entschuldigt. Äh, ja, ihr seht, was heute geplant ist. Wir haben beim letzten Mal schon einmal diesen Hack hier angefangen. Wir sind auch schon relativ weit, denke ich. Er nennt sich Super Metroid Dark Hole Hospital. Ein Hack, der offenbar ein wenig in die, ja, unheimliche Richtung gehen sollte. Bisher, äh, inhaltlich jetzt nicht unbedingt schwierig war. Aber, naja, ich meine, ihr seht, hier der Hack verspricht, inhaltlich durchaus noch, äh, ja, Unheimliches bieten zu können. Und da würde ich dann heute gerne weitermachen. Ich denke, dass wir den auch heute abschließen werden und für danach ist auch schon der nächste Super Metroid Hack in Planung. Der ist schon fertig und, ja, schauen wir einfach mal, wie weit wir heute kommen. Anfangen werden wir heute um 8 Uhr, halb 8. Hat sich herausgestellt, ist eine unpraktische Uhrzeit. Das schaffe ich immer nur gerade so zeitlich, wenn überhaupt. Von daher, ja, wenn ihr Lust habt, heute um 8 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Die üblichen Informationen in der Beschreibung. Und wenn ihr mögt, sieht man sich dann später. Ich bin Xie. Bis dann. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.